Und wir kommen direkt schon zu unseren nächsten Gästen. Es ist eine sehr berühmte Familie, die berühmten Besuch bekommen hat heute Abend. Beide haben irische Wurzeln und lieben diese und stehen auch zu diesen. Und als es klar war, dass es auf diesem Album diesen Titel gab, dieser Familie, mit diesem Künstler, haben sich die Fans gefragt, wann und wo, Irene, kann man das live erleben? Ich kann es euch sagen, zu Hause und auch hier in Offenburg. Hier, heute Abend und jetzt, in dieser Show, die Kelly Family und Ronan Keating! Every morning, time again. Here's to the sun that arises. Faithful is a friend, it shines for you. It shines for me in all we do. We are grateful for the beat in our hearts, the breath in our lungs. Faithful for the moon and the stars, the world that is ours. Wherever they come, wherever we go, we got life, love and it's beautiful. All grateful for the moon and it's beautiful, 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 This song, we got it get to you. Here's to the song of hope that we always carry on through every trial. And every word through all the years We are grateful For the beat in our hearts The breath in our lungs Grateful For the moon and the stars The world that is ours Whatever may come Wherever we go We've got life Love and it's beautiful Grateful I've got you You've got me together We run Side by side You and I We've only just begun I can count All my blessings Leave me one by one With our eyes Lifted and high With all is yet to come We are grateful For the beat in our hearts The breath in our lungs Grateful Grateful Oh Wherever we come Wherever we go We've got life Love and it's beautiful Grateful 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 Honey Or the Cally family Offenburg Theica family And Ronnie Kidding Man You're Little So Italian tonight Oh, mein Gott. Du siehst italienisch aus. Und du siehst irisch aus. Das ist der Alte. Komm, setzt euch. Wie schön, dass ihr da seid. Schön, euch zu sehen. Ciao, bello. Ciao, bellissimo. Kommt mit. Wie schön, dass ihr da seid. Ich freue mich so sehr. Danke für die Einladung, Giovanni. Und du bringst jedes Mal internationale Stars mit. Wie kommt ihr zu Ronan jetzt plötzlich? Wir kennen uns seit den 90er-Jahren. Ronan ist ein Landsmann, ein Irish-Brother, ein Bruder aus Irland. Und damals dachten wir, die Boy-Groups waren so, wie soll ich sagen, wir waren besser, weil wir die echte Band waren. Aber heute, 30 Jahre später, singt ihr auf unserem Album, der gestern erschienen ist, unserem Weihnachtsalbum. Das ist eine große Ehre. Thank you, Ronan, for coming. Oh, what an honor. Eine riesen Ehre. Vielen lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ronan, du hast fünf Kinder. Wäre sowas auch vorstellbar? Alle gemeinsam, haben die auch so eine Passion für die Musik? Absolut. Aber sicher, natürlich. Ich gehöre auch zu dieser Familie. Ich kenne die jetzt hier auch schon sehr lange. Das sind Regenden, die Kellys. Und dass ich mit denen auftreten und singen darf. Das ist eine riesen Ehre, besonders hier in Deutschland. Wie ist es für dich, wieder hier zu sein, Ronan? Das ist ganz große Klasse. Wir hatten ja schwierige Jahre. Wir durften hier auf die Bühne. Ihr wisst warum. Aber jetzt wieder auf der Bühne zu stehen und besonders mit denen hier vor einem Live-Publikum feiern. Diesem Live-Publikum. Mit dir, Giovanni. Du bist eine Legende. Vielen Dank. You are the legend, man. Du bist die Legende. Komm doch auf Tour. Jetzt kommst du mit uns auf Tour. Wir sind jetzt gleich auf Tour. Ja, das wollte ich fragen, Patricia. Wie geht es bei euch weiter? Am Weihnachten ist bei euch immer viel los. Wir sind auf Tour. Übernächste Woche fangen wir an. 27 Konzerte. Deutschland, Österreich, Schweiz. 27 Konzerte? 27 Arena. Eine große Kelly-Family-Christmas-Show. Kommt vorbei. Wir freuen uns sehr. In Baden-Württemberg sowieso. Aber in ganz Deutschland. Und wie gesagt, Österreich und Schweiz auch. Ich habe das Gefühl, die wird sehr gut besucht sein. Oder? Dankeschön. Nach diesem Auftritt bestimmt. Ronan, you gotta come with us on Tour. Kommst du mit uns auf Tour? Würde ich gerne machen, natürlich. Bevor ihr ihn ausleitet für die Tour, würde ich ihn heute Abend gerne nochmal ausleihen und mit ihm Achterbahn fahren. Was haltet ihr heute Abend von einer Live-Performance? I'm okay with that. Live is a rollercoaster. Große, klasse. Okay. Shall we do that later? Yeah, I'd love to. Wir verabreden uns mit Ronan nochmal für diesen großen, großen Hit. Okay. Du musst den Text bestimmt nicht mehr lernen bis dahin. Ich denke, den solltest du noch drauf haben. Well, better than that one. Ja, also besser als beim letzten Lied. Den kenne ich besser als beim letzten Lied. Hoffe ich, ja? Ronan, ich freue mich sehr, dass ihr heute Abend alle da seid. Vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, dass ihr diese Premiere hier bei uns gemacht habt. Ein großartiger Song. Danke, Giovanni. Eine Ehre für uns. Danke für die Einladung. Und wir grüßen Paul und Katie, die beiden krankheitsbedingt ausgefallen sind. Genau. Sie sind etwas krank, aber sie sind auch an der Tour wieder dabei. Bis dahin alle wieder fit. Also Genesungswünsche nach Hause. Und wir machen weiter mit zwei ganz, ganz tollen Frauen, die auch so gut befreundet sind wie ihr, glaube ich, mit Ronan. Die beiden haben in den letzten Monaten und Jahren so viel miteinander zu tun gehabt und sich gegenseitig unterstützt mit ihrer Musik. Das ist unglaublich schön gewesen. Erst hat Kerstin Andrea unterstützt, dann Andrea Kerstin. Und nun stehen sie gemeinsam auf der Bühne. Ich freue mich auf diesen wunderschönen Moment, was auch immer passiert. Andrea Berg und Kerstin Ott.